Nachdenkseiten Die kritische Website Die Legende von der Luftbrücke und die historischen Fakten Teil 1 von Thilo Gräser Sie erschienen im Sommer 1948 am Himmel über Westberlin und warfen Schokolade und Süßigkeiten an Fallschirmen, brachten Kohle, Lebensmittel und retteten die Westberliner vorm Verhungern. So sagt es die Legende über die sogenannten Rosinenbomber. Bis heute, 75 Jahre später. Sie verhinderten, dass die Sowjets den Westteil der einstigen Reichshauptstadt kampflos wieder übernehmen kommen. Nichts anderes hatten sie vor, sagt die Legende ebenfalls. Und sie wird bis heute fleißig weitererzählt. Ein Blick in die umfangreiche Historikerliteratur zum Thema zeigt, dass die Legende der Luftbrücke und die heutigen politischen Erklärungen dazu die damalige Wirklichkeit verfälschen. Beim Lesen waren einige Kratzer am Lack der Rosinenbomber zu entdecken, hier zusammengetragen in einem historischen Faktencheck. Auslöser für die Ereignisse vor 75 Jahren war, dass die Sowjetunion in der Nacht zum 24. Juni 1948 die Transportwege zu Land und zu Wasser in die Berliner Westzonen blockierte. Zugleich hatten sie deren Strom- und Lebensmittelversorgung aus der eigenen Besatzungszone unterbrochen. Die Blockade der Berliner Westsektoren dauerte bis zum 12. Mai 1949 an. Erstens war es eine Totalblockade West-Berlins, wie immer behauptet wird. West-Berlin war zwischen dem 26. Juni 1948 und dem 12. Mai 1949 von den sowjetischen Besatzungstruppen längst nicht so hermetisch abgeriegelt worden, wie dies zunächst scheinen mag, so Arne Hofrichter im Deutschlandarchiv 2013. Das sei mittlerweile Konsens in der Forschung. Für die Einwohner der drei Westsektoren bedeutete dies, dass lokaler Handel und Personenverkehr zwischen West-Berlin und dem sowjetischen Einflussbereich, das heißt Ost-Berlin und dem brandenburgischen Umland, weitestgehend möglich waren. Der russische Historiker Alexej Felitov stellt in dem von Helmut Trottnow und Bernd von Kostra herausgegebenen Band die Berliner Luftbrücke, Ereignisse und Erinnerungen von 2010 fest. Etwaige Planungen für eine totale Blockade fehlen in allen Dokumenten, die in den Archiven einsehbar sind. Und es gibt keine Indizien im operativen Bereich, die auf die Existenz solcher Planungen hindeuten würden. Gerhard Stelter weist in seinem Beitrag im Sammelband die Luftbrücke, Erinnerungsort des Kalten Krieges von 2018, auf Folgendes hin. Die Blockade war nicht als vollständige Abschnürung geplant oder auf das Ausfungern West-Berlins angelegt und wies entsprechende Lücken auf. Die Grenzen zum Umland waren ohne erheblichen Personalaufwand ohnehin nicht vollständig zu kontrollieren. Das hätten Zeitzeugen bestätigt. Im Buch des Journalisten Volker Kopp von 2008 »Besetzt, sowjetische Besatzungspolitik in Deutschland« ist zu lesen, die Sperren um Berlin waren nicht so dicht wie meistens dargestellt. Die innerstädtischen Sektorengrenzen blieben weitgehend offen und der Weg ins Brandenburger Umland war fast immer möglich. »Es habe nie eine Totalblockade gegeben«, schreibt der Rechtswissenschaftler und ehemalige SED-Funktionär Herbert Graf in seinem Buch »Interessen und Intrigen – Wer spaltete Deutschland von 2011?« Zitat »Auch in dieser angespannten Situation war der Zugang der West-Berliner und der Westalliierten nach und über Ost-Berlin zu jeder Zeit weiter möglich.« Unbeeinflusst blieben weiter die Luftkorridore, die eine massive Luftbrücke ermöglichten. Zudem werde bis heute ausgelassen, dass die Luftbrücke an der Grenze der Legalität geflogen wurde, so der Autor. Die benutzten Luftkorridore über die sowjetische Besatzungszone seien 1948 nicht durch internationale Abkommen der Alliierten gesichert gewesen. Im Buch »Die Teilung der Welt – Geschichte des Kalten Krieges von 1941 bis 1955« des Historikers Wilfried Loth aus dem Jahr 2000 ist zu lesen. Ängste vor einer Luftblockade West-Berlins seien unbegründet gewesen, weil Stalin nicht bereit war, wegen der Weststaatsgründung, so sehr sie den sowjetischen Interessen zuwiderlief, einen Krieg zu riskieren, der mit der Vernichtung der Sowjetunion enden musste. Aber der Mythos von der sowjetischen Stärke ließ die meisten westlichen Politiker übersehen, wie gewagt, wie hart an der Grenze des tatsächlich Leistbaren das sowjetische Manöver in Wirklichkeit war. War die Luftbrücke nicht nur eine logistische Meisterleistung, sondern vor allem das Zeugnis überwältigender Menschlichkeit? Oder etwas anderes? Der renommierte Historiker Wolfgang Benz widmet den Ereignissen vor 70 Jahren ein Kapitel in seinem Buch »Wie es zu Deutschlands Teilung kam«, vom Zusammenbruch zur Gründung der beiden deutschen Staaten. Er beschreibt das größte Transportunternehmen in der Geschichte der Luftfahrt in Details. Die Luftbrücke sei ökonomisch ein Verlustgeschäft von seltenem Ausmaß gewesen. Aber die Verluste trugen nicht die westlichen Alliierten. Die Hauptlast der Unterstützung Berlins trug der Steuerzahler in der amerikanischen und britischen Zone. Dem habe seit November 1948 die Sondersteuer »Notopfer Berlin« gedient. Ralf Hartmann hat vor 15 Jahren in der Zeitschrift »Usjetzki« darauf aufmerksam gemacht, dass die Luftbrücke laut der Londoner Times vom Februar 1949 ein großes strategisches Übungsfeld war, das alle früheren Erfahrungen mit der Luftversorgung im Krieg völlig über den Haufen geworfen hat. Hartmann stellte fest, dass der militärische Nutzen der Luftbrücke bei den Erinnerungsveranstaltungen und Reden ausgeklammert wird. Robert Allertz erinnert in seinem 2003 erschienenen Buch »Im Visier der DDR eine Chronik«, Zitat »Bei dieser zweifellos beachtlichen logistischen Leistung proben die US-Streitkräfte die Flugleit- und Radarsysteme, die erst 1945 entwickelt worden waren«, Zitat Ende. Die Erkenntnisse seien unter anderem im Korea-Krieg von 1950 bis 1953 genutzt worden. Allertz hebt hervor, dass die Luftbrücke für die von einer Krise bedrohte amerikanische und englische Flugzeugindustrie zum lohnenden Geschäft wurde, das monatlich 50 Millionen einbringt. So habe die New York Times am 24. Februar 1949 frohlockt. Der Kalte Krieg ist ein Segen für unsere Flugzeugindustrie. Zum ersten Mal nach dem Krieg hatte sie 1948 ein Verkaufsvolumen von rund einer Milliarde Dollar gegenüber nur 48 Millionen Dollar 1947. War die Luftbrücke der Grundstein für die deutsch-amerikanische Freundschaft? US-General Clay war über das Ende der Blockade im Mai 1949 nicht glücklich gewesen, ist im Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« vom 19. Mai 1949 zu lesen. Zitat »Der Militärgouverneur, ein starrköpfiger, streitsüchtiger Militär und Staatsmann aus Georgia«, schrieb die Herald Tribune, soll schwere Befürchtungen geäußert haben, über das sowjetische Angebot die Blockade aufzuheben. Wenn nicht feste wirtschaftliche und politische Bande es an einen westlichen Europabund knüpften, könne, so meint General Clay, ein besiegtes, aber geeinigtes Deutschland zu einem Pufferstaat in einem Kalten Krieg und dem russischen Druck viel zugänglicher werden als jetzt ein geteiltes Deutschland.« Zitat Ende. Der österreichische Historiker Rolf Steininger zitiert in Band 2 seiner 96 neu aufgelegten »Deutschen Geschichte seit 1945« aus einem Memorandum des damaligen Londoner Unterstaatssekretärs Ivan Kirkpatrick vom November 1948. Der spätere britische hohe Kommissar in der BRD meinte darin, »Es gehe um die zukünftige Sicherheit vor Deutschland.« »Der Rapallo-Komplex habe nachgewirkt«, so Steininger. Zitat, »Deutschland allein war keine Gefahr mehr. Nur wenn es gemeinsame Sache mit den Sowjets machte, werde es zur tödlichen Gefahr, Mortal Peril. Das einzige und wichtigste Ziel blieb demnach, ein solches Zusammengehen mit den Sowjets zu verhindern.« Zitat Ende. »Sicherheit vor Deutschland sei durch Integration desselben zu erreichen«, wird Kirkpatrick zitiert. Und das zu einem Zeitpunkt, wo dies noch als Zugeständnis, als »Favor« an die Deutschen verkauft werden konnte. Und nicht umgekehrt. Zitat Ende. Laut dem Historiker ging es den britischen Politiker darum, die Deutschen übers Ohr zu hauen. Bamboozle the Germans by roping them in. Und sie am Ende wirtschaftlich, politisch und militärisch so abhängig zu machen von der westlichen Welt, dass sie es sich gar nicht mehr leisten können, auszuscheren und ins östliche Lager zu wechseln. Ziel sei die totale Kontrolle Westdeutschlands mit allen Mitteln. Für Steininger zeichnete Kirkpatricks Vorstellungen dann auch den Weg vor, den die Entwicklung nahm. Was waren die Ursachen für die sowjetische Blockade und die westliche Luftbrücke? Benz erinnerte in seinem Buch daran, dass die von den westlichen Alliierten vorbereitete und am 24. Juni 1948 auch in den eigenen Berliner Sektoren durchgeführte Währungsreform zu den Ursachen der Probleme gehörte. Der Historiker Gerald Wettig bestätigt in seinem Buch die Stalin-Note von 2015. Die Deutschland- und Berlin-Frage stand in engem Zusammenhang mit dem Problem der Währungsreform. Im Kreml sei im Juni vor 75 Jahren nicht geahnt worden, dass die westlichen Pläne dafür kurz vor der Umsetzung standen. Graf zeigt in seinem Buch, wie sich die Westalliierten spätestens mit der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz zu Beginn des Jahres 1948 gezielt von ihrem früheren Verbündeten Sowjetunion abwandten. Diese Kursänderung gegenüber den gemeinsamen Potsdamer Vereinbarungen von 1945 sei ein Affront gegenüber dem früheren Verbündeten, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Moskau sei bei der Währungsreform der westlichen Alliierten von diesen getäuscht worden. Der Historiker Loth stellt fest, am Anfang der Krise um Berlin stand die Entscheidung der Westmächte, nach dem Ende der gemeinsamen Deutschlandpolitik der Alliierten, der Logik des Marshall-Planes entsprechend mit den staatlichen Organisationen Westdeutschlands zu beginnen. Zu den Initiatoren habe US-General Lucius Clay gehört. Gleichzeitig sei Washington darum besorgt gewesen, die Westmächte in den Augen der Deutschen nicht als für die Spaltung der Nation verantwortlich erscheinen zu lassen. Nachdem eine Initiative für eine gesamtdeutsche Einheit nach westlichen Vorstellungen erwartungsgemäß scheiterte, begann laut Loth die USA und ihre Partner in Westeuropa, ab Februar 1948 die Gründung der Bundesrepublik vorzubereiten, ohne einen möglichen Kompromiss mit der Sowjetunion abzuwarten. Dabei gab es vor der Blockade eine Chance, dies zu verhindern oder zu vermeiden. Nach den Beschlüssen der westlichen Außenminister in London im Februar 1948 für einen westdeutschen Staat sah der britische Militärgouverneur Brian Robertson die Gefahr der endgültigen Spaltung Deutschlands. Das schrieb der österreichische Historiker Steininger 1996. Robertson habe befürchtet, dass eine Spaltung früher oder später zu einem Krieg mit der Sowjetunion führt, was er verhindern wollte. Ihm sei es darum gegangen, einen Weg zu finden, die Deutschlandfrage gemeinsam mit den Sowjets zu lösen, ohne die es keinen Weltfrieden gibt. Ende des ersten Teiles Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.